BDSG! Nur mal, wir sind nicht so einfach! Verschieben! Alex Regos! Oh, 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 oh! Wir sind nicht gut! Was ist denn der Wald? Was ist denn der Wald? Was ist denn der Wald? Weiter, weiter, weiter! Was ist denn der Wald? Weiter, weiter! Für den Spieler mit der Nummer 11, André Schöbert, ist ins Spiel gekommen. Der Spieler mit der Nummer 9, Markus Bocorni. Schööööb придумal am Tag über das Bundesat! Merk, du bist in der Aus-den-Luf-Gefühld! Er hat das Gefühl, es geht durch was schief demnächst aber... Nein Heide, hör auf! Rede es nicht herbei! Ärg! Das wird mir letzte Woche schon hirbergeredet. Ja, das war's wieder du! Natürlich! Ja, das haben sie oft. Ey, der ist voll in den Max rein. Und raus. Das ist ein Bett. Scheiß. Uh! Das ist so klar. Das war sogar unser Freistoß. Das war sogar unser Freistoß. Das war sogar unser Freistoß. Na sicher. Der ist voll in unseren reingesprungen. Hat es sich dabei wehgetan. Das passiert noch mal ab und zu. Ist nichts dabei? Das ist echt wieder nicht hier zu sehen. Für uns. Wir sind. Scheiß. Glückwunsch. Noch mal gut. Danke. 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 Sehr gut. Ich war's. Danke. Danke. 4, starker Sieg. Der hat nichts los an Eifert gelegt. Das war echt unnötig. Der Ball war hier 20 Meter weg. Das war jetzt gerade überflüssig gelegt. Der Ball war in der Mitte. Und dort hinten wird gefoult. Das ist so sinnvoll. Wenn der Ski-Eiterlinie stand, dann haben Sie es gesehen. Wenn er was weiß, was will. Ich glaube, der hat es nie wirklich gesehen, weil der gerade schon hier in der Mitte war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf Kamera ist. Ich weiß nicht. Mensch, das ist eine tolle Stimmung. Wie sitzt der Ball schon wieder? Dein Einbruch. Du machst das intuitiv schon richtig. Ich hoffe. Ich weiß nicht. 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 Wie ist das jetzt? Jetzt schon wieder… Und so weit. Komm mal ran, komm mal ran. Kaffee. Probeuys. Komm, Profi! Schöööööööööööööööööööö. Geile Scheiße. Oh, schade. Oh, 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 das ist gefährlich. Ah, sehr gut. So, geschätzt noch 10 Minuten, es ist spannend. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.